Mehrere Experten warnten die NATO, dass eine Lieferung an hochtechnologischen Flugabwehr- und Panzerabwehrwaffen an die Ukraine eine riskante Angelegenheit ist. Das führt zur Eskalation der Gewalt und zur Verschlechterung des Verhältnisses mit Russland. Außerdem kann Kiew nicht garantieren, dass die Waffen auch dorthin gelangen, wo sie hingehören. Bereits vorher, die von der NATO gelieferten Waffen wurden durch die Mitarbeiter der ukrainischen Armee angeeignet und auf dem Schwarzmarkt verkauft. Dazu gehörten die Wärme- und Nachtsichtgeräte, Aufklärungs- und Kommunikationsgerätschaften und auch militärmedizinische Ausrüstung und vieles mehr. Doch nicht alles davon landete auf dem Schwarzmarkt. Es gab mehrere Vorfälle, als die an die Ukraine gelieferten Waffen bei den Terroristen landeten. Vielleicht war das so geplant. Die erste Lieferung der Panzerabwehr-Lenkflugkörper Javelin wurde bereits zu Zeiten von Präsident Poroschenko ausgeführt. Doch die Amis übergaben diese erstmal nicht an die langfingerigen Ukrainer, sondern lagerten diese auf der eigenen Lagerstätte bei Yarovo. Es war klug, denn nach dem Angriff Russlands wurde jegliche Kontrolle über die Verteilung dieser Waffen verloren. Die Waffen verschwinden sogar noch, bevor sie in die Hände des ukrainischen Volkssturmes gelangen. So wurden bereits bei der ersten Lieferung an Lenkflugkörpern Javelin, Stinger und Enlow aus Polen in Kiew mehrere Dutzend vermisst. Niemand weiß, wo diese gelandet sind. Doch mit den darauf folgenden Lieferungen wurde es noch schlimmer. Im Bestimmungsort kommt maximal die Hälfte der Ladung an. Denn die Waffen werden mit ganz normalen Zivilfahrzeugen und Kleinlastwagen bis zum Bestimmungsort geliefert, da die Russen die Lufthoheit haben. Ein freiwilliger Kämpfer der ukrainischen Kräfte teilte in seinem Telegram-Kanal mit, dass die meisten dieser Waffen in den Lagerhallen verfaulen im westlichen Teil des Landes. Nur ein kleiner Teil schafft das bis an die Front in Kharkov, Sumy oder Nikolaev. Das Problem liegt wohl in der Aufteilung der logistischen Ressourcen zwischen dem Bezirk und der Hauptstadt. Doch in seinem Post meinte er die normale Schützenbewaffnung, Ausrüstung und medizinische Versorgung. Die Flug- und Panzerabwehr-Lenkflugkörper sind wahrscheinlich kommerziell günstig verscherbelt worden. So viel meinen die Experten dazu. Doch was will man mit Flug- und Panzerabwehr-Lenkflugkörpern? Der Kiewer Volksturm hatte in letzter Zeit mit der Hilfe der NLOW-Panzerabwehr-Lenkflugkörper die Geldtransporter erfolgreich ausgenommen. Aber die Flugabwehr-Lenkflugkörper sind für diese Menschen auch nicht vom Nutzen. Aber für terroristische Organisationen sind diese Waffen sehr wichtig. Noch bis vor kurzem war der Erhalt dieser Waffen für die Dschihadisten sehr schwierig. Es wäre leicht nachzuvollziehen, von welchem Geheimdienst die eine oder die andere Rakete kam. Denn sie wurden für bestimmte Aufgaben zugeteilt. Und die Mitarbeiter, die diese Waffen übergaben, haben immer aufpassen müssen, wer es kriegt und für welche Aufgaben nutzt. So mussten die CIA-Mitarbeiter, die an die Mujahedins gelieferten Stinger-Raketen in Afghanistan ganz genau aufpassen, für was diese verwendet wurden. Und nach dem Abzug der sowjetischen Truppen aus Afghanistan wurde versucht, diese Lenkflugkörper von den Mujahedins abzuziehen. Doch heutzutage werden diese Waffen verteilt wie Kartoffeln. Und niemand kann genau sagen, wohin diese Waffen im Endeffekt gehen. Unterdessen meint der ukrainische Geheimdienst, dass die meisten dieser Waffen gar nicht über die ukrainische Grenze kommen. Wenn das tatsächlich so ist, dann kann man annehmen, dass diese Waffen durch die Geheimdienste der NATO-Länder an verschiedene Fraktionen verteilt werden. Sie nutzen diesen ukrainischen Konflikt, um anderweitige, gesetzeswidrige Organisationen mit Waffen zu versorgen. Es ist also unklar, in wessen Händen diese hochtechnologischen Waffen landen und auf wen sie abgeschossen werden. Auf ein russisches Flugzeug oder auf einen russischen Panzer oder auf ein Passagierflugzeug.